Hallo Fritz. Hallo Egon. Was geht ab? Party. Alles klar, drücke ich mal auf. Auf Gefecht, Mann. Ja, mach mal. Mach ich. Mann. So machst du jetzt den Schüttel. Läuft. Ja, schön. Ja, das ist mit dem Chat. Also irgendwie ist halt auch nicht ganz ausgereift hier. Und sonst so. Alles gut. Schön. Und bei dir? Ja, aber selbstverständlich. Was hast du heute Schönes gemacht? Äh, mit dir gespielt. Ah, keinen Tag? Ne, weil hab ich was gegessen und hab eine Serie geguckt. Was hast du denn geguckt? Äh, Almost Humans. Was ist das denn? Äh, so Science-Fiction-Serie, aber leider gab es immer so eine Staffel. Ich glaub, die wurde abgesetzt. Achso, ne, so guck ich nicht. Ja, ist schade. Ist nicht schlecht. Mit Yoga fallen, glaub ich. Willst du? Ist ja auch so ein Sci-Fi-Freak. Ja, ja. ja nun muss ich das in meiner 10 gierweilbegrenzung runterladen am tag dauert eine weile so ja da treffen wir uns mal bei den BNN das ist übrigens die gleiche Karte oder egal schauen wir mal ich habe geguckt diese die letzten schiffe die kosten ja 200.000 silberne sterne oder irgendwas das leckt mich aber auch schon wie lange ist das spiel lange oder kaufen das ist so gewollt ja was hast du mir denn geschrieben gesundheit um gerade auf die zu jetzt erst ausrichtet verloren mal gucken wie ich da vorher trefft wir sind ja noch ein paar dazwischen ja hülle wir wollen so nun die 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 aufregende Musik hier die hatte ich auch zu tun aus dem Ort echt jetzt ja darfst du die nie bringen weiß ich nicht aber wieso nicht drauf angemessen ach und sparen ist wieder wegen so ein morad sein wenn er ein spiel zeigen darf das gehört doch zum spiel hat die musik dann darfst du musik abspielen lassen schade gehört zum spiel also also einstellung lautstärke musik wusste nicht besser anstatt immer dein quatsch zu zu hören das ist eine quatsch so wenn wir als erstes hier drehen wir um ich kann grad nicht ich will aus der musik hören was geht das los mit der musik die läuft bei mir die ganze zeit ich höre jetzt noch nichts keine Ausflussverstörer die im buch und wie das ist mein name und den hohen wir uns kommen jetzt hohe schiffe als das russisches konzern die musik so kritisch beschädigt also kritisch beschädigt habe ich mal nicht schon mal gut fährt aber glaube ich links lang schuldig wird die Böse durchgehen oh da schießt einer aus kann ich ja auch durchfahren da also das lieber und ja ich tun zwischendurch versammeln natürlich echt geil mit so einem schnellen Schiff zum ablenken ja wir schießen schon auf den das ist ein Bier na hier ist noch einer aber das ist ein scheiß weil die Schiffe relativ schnell sind jetzt kommt da deine Richtung ich will es und in Brand gesetzt ja ich sehe Peter so wissen die noch nie kritisch beschädigt ja noch ein bisschen drauf haben wir erst Zerstörer weg wenn wir sie sich als Knarren nachladen, das dauert der ewig das ist der letzte dann glaube ich, einer ist schon weg jetzt wird er schon noch 2 Tupeter schicken, das ist natürlich irgendwie nicht und tschüss jetzt muss ich mich aber kurz mal umdrehen, weil hier vorne ist das eher schlecht schwerer Schaden, Motor Schaden, nein ey, ich bin fast tot, warum das, wie hat denn das hier mal ja manchmal ist das merkwürdig ja da wurde ruhig wie was getroffen, was hässlich war jetzt muss ich aber auch schon das muss ich aber so sein, dass ich hier wegkomme ich hab ja eben nicht ich weiß doch ich krieg hab ich nie ja wenn er immer die volle Breitzeit anbietet, ne ja ich hab's nicht gesehen ich dachte ich kann krieg den drehen ich höre immer noch keine musik so jetzt so jetzt bin ich schon aus der schutzregel zu machen die anderen ich brauche nämlich nicht mehr viel oh und so auch ne ich weiß nicht mehr was das war guck mal schicken wir mal oh guck mal wir werden eingeküsselt naja müssen schon aufpassen und torpedobombe das ist natürlich schlecht so ganz schlecht naja das ist ungewinnig oh mein gott gut der ist weg ist er weg ja ne ja aber ich auch gleich oder ein treffer schickt vor der torpedos hast du dann ja ja manchmal weg schon ein schiff und ein blutzeug zerstört sehr gut zu sehen dass ich mich jetzt hier verbissen oh ja der bombarder kommt kam glaube ich gerade zu dir schön oder alle zum anderen da ist sie so schlimm zum fest genau wo der ist gleich der ist dran der steht nämlich nur auch volle breite oder ebenso zu sagen zum glück herrling auch der warum schießt du nicht auf die da hin kann sie nicht so weit schießen doch doch vor kurzem so weit war gerade mehr als gucken wo du so nachher gucken wo das o flugting zu stellen wir müssen aber weg ich halte hier nichts mehr aussehen das ist gar nicht so einfach wird immer ein bisschen schwerer irgendwie kaum spielen wir gegen andere kaum spielen wir gegen andere aber nicht schlecht lässt du den da allein halt der arme der schießt aber auch nicht oder doch der schießt auf den anderen dann näher an zu george ja schließe ich mal lieber der gruppe an und dann siehst du weiter genau ich geh mal ein paar kurzen getränke und in der flasche ich hole mir auch was alles klar das ist ja zu lange ganz schön hallo ja hallo die tun sich unten die die dinger ja ja das ist gar nicht so schlecht hätte man gut drauf haben können na egal ich fahre hier im passen und dann wird das was torpede rum aber ich will eigentlich so ein scheiß teil haben scheiß teil aber das kostet so viel Arsch das ist ja noch ein bisschen spielen also mindestens habe ich jeden Fall sehen so wo ist er hin ja Prost hast du gerade geschissen? so so gepresst ja 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 kann nur umlaufen passieren so morgen Fahrradverarbeiter ja logisch immer sehr gut ich auch morgen äh schaffen sie nicht ne wieso ja guck mal eigener Stützpunkt das sind viel mehr bei uns so ähnlich muss bei uns ja kann nicht sein oh die fahren immer wieder raus deswegen Mann sind das keine Nacken die Idioten ey da hätten sie sich längst gewinnen können ich wundere mich grad das war doch schon ziemlich weit hinten die anderen aber auch jetzt das ist ja mal sinnig Hallo so so jetzt tu mal was hier hol dir mal hier das Garlick oder so ich fahr hier dazwischen so wie das andere grad macht aber die Musik ist ja höchst theatralischer ja immer ja immer scheiß Flugzeuge hier ja man könnte sich erst mal überlegen ich werde das Schiff noch ausrüsten dann gleich auf den Dings fahren ja ne aber wie gesagt pro Division kann man bis eben Dings nehmen ne also wenn du noch was anderes probieren willst so wenn sie jetzt aber vor mir die Hitopädes abschmeißen bin ich richtig im Arsch rein rein die